In diesem Video teste ich den SynthFit Double Layer Crunch Bar in der Geschmacksrichtung Karamell Crunch. Der Riegel ist komplett umhüllt mit einem karamellfarbenen Coating und duftet jetzt schon sehr angenehm nach Sahne-Karamell. Unter der dicken Beschichtung befinden sich einige knusprige Crispies. Die zwei unterschiedlich farbigen Schichten sind von der Konsistenz her eher zäh. Geschmacklich hat mich diese Riegel an Sahne-Karamell-Bonbons erinnert. Es ist also nicht so ein Karamell, wie man es von den Schokoriegeln kennt. Es hat noch einen zahnigen Beigeschmack. Die Außenschicht ist relativ süß. Im Gegensatz zur Proteinmasse, die ist weniger süß, daher passt sie sich sehr gut an. Ich finde die Crispies hier sehr passend, da es eine gute Abwechslung zu der etwas festeren Proteinmasse ist. Im Gesamten finde ich ihn sehr gut. Wer Karamell mag, dem kann ich den Riegel auf alle Fälle empfehlen.